Einen wunderschönen guten Tag. Die meisten von euch wissen sicherlich nicht, dass ich einen Sohn habe, beziehungsweise kennt ihr ihn schon, aber ihr wisst halt nicht, dass es mein Sohn ist. Und er hat übrigens Geburtstag heute, deswegen mache ich ihm mal ein Geschenk. Das war dieses Spielzeugauto hier. Ich hoffe, er wird sich freuen. So, jetzt muss ich erstmal meinen Sohn finden. Meistens steht er um diese Uhrzeit am Straßenstrich. Ah, hier ist er ja schon. Ich muss mir den Zähler alles. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte eigentlich das zum Geburtstag schenken. Oh! Ich habe gerade erfahren, aus verlässlicher Quelle, dass mein Sohn nicht sein Geld abdrückt, was er verdient hier. Damit er auf meinem Strich stehen darf, muss er nämlich 70% abdrücken von dem, was er verdient. Jetzt geht es ins Wett. Da ist sie direkt so. Habt ihr gehört, was hier passiert ist? Damit wirst du büßen. Schwing! Fahr so schnell du willst, ich krieg dich! Ich ziehe dir die Lämpel an, Junge! Ja, ich schwingte die Lämpel an. Ja! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020